Hallo meine lieben Freunde und willkommen zum ersten Part vom Minecraft Minispiel Kalender und wie können wir den besser beginnen als mit One in the Chamber. Und ja, das ist der erste Minispiel Modus, den wir uns anschauen werden. Und ja, jeden Tag bis Weihnachten wird jetzt, hoffe ich zumindest, ach so einen Moment, hier können wir nur spectaten. Denn jeden Tag bis Weihnachten wird jetzt ein Minispiel kommen und ja, je nachdem, ob ich das hinbekomme oder nicht, wird das eben so sein. Es kann durchaus sein, dass ich es nicht jedes Mal hinbekomme, denn ja, jeden Tag so ein Video ist natürlich schon nicht so einfach, aber ich werde es auf jeden Fall versuchen. Und ja, ich habe schon einige Spielmodi, die ich so machen möchte und ich weiß nicht, ob es wirklich 24 sein werden. Vielleicht werden die am Ende auch wieder doppelt gespielt, aber es gibt auf jeden Fall eine Menge. Und ja, wir fangen an mit One in the Chamber. Das besteht aus dem Spielprinzip, man hat einen Bogen mit einem Pfeil. Dieser Pfeil tötet Gegner mit einem Hit, jedoch hat man eben auch nur einen. Und ansonsten hat man noch einen Holzschwert und sobald man einen Spieler tötet, erhält man einen neuen Pfeil. Ich ist jetzt vielleicht ein bisschen unklar ausgedrückt gewesen, ihr werdet es ganz schnell irgendwie verstehen, den Spielmodus. Es geht eben darum, seine Bow Skills ein bisschen unter Beweis zu stellen und ja, wenn man die nicht hat, kann man trotzdem durch Nahkampf auch punkten. Auch wenn das natürlich schwierig ist, wenn der Gegner auch noch einen Pfeil hat, denn dann ist man One-Hit-Down, wie vorhin schon erwähnt. Und in 10 Sekunden geht es auch los. Ich weiß gar nicht, wie viele hier in der Runde sind. 2, 4, 5, 16, okay. Und wir haben hier einen Premium-Spieler. Ich weiß nicht, ob es auf dem Server hier Premium gibt, aber ich gehe mal von aus. So, Grace Period has started. Da vorne sind schon zwei Spieler, die sich battlen wollen. Nein, der hat mir den Kill gestealt, weil er in dem Moment geschlagen, also den, den ich töten wollte, getroffen hat. So, ihr habt schon gesehen, jetzt habe ich einen One-Hit gekillt, weil ich ihn mit dem Bogen abgeschossen habe. Und ja, das ist eigentlich das... Oh nein, den habe ich vor Ballert unnötig. Das ist das ganze Spielprinzip. Man hat unten, seht ihr, den Redstone. Das sind noch, dass ich fünf Leben habe. Sprich, ich darf noch fünfmal respawnen und muss versuchen, eben in dieser Zeit möglichst viele Kills zu machen. Ach, verdammt, der hatte mehrere Pfeile. Ist natürlich gut, man kann sich die natürlich auch aufsparen, wenn man sowieso einen Gegner vor sich hat, der keine Pfeile besitzt. Aber man sollte eben eigentlich schon die Pfeile verwenden. Nicht, dass man dann am Ende stirbt und dann verschwendet hat. Okay, ich habe irgendeinen getroffen, ich habe keine Ahnung wen. Und dieser blaue Typ, der lagt ein bisschen hart. Wir sind mit fünf Kills sogar auf Platz zwei, aber der erste hat einen extrem weiten Vorsprung. Jetzt musste ich mal wieder ein bisschen aufräumen. Ist jedoch bei so einem Lager wie dem da vorne nicht so einfach. Und über die Distanz sowieso nicht. Ach, verdammt, ganz knapp daneben. Ich versuche mir den hier zu holen. Ach nein, den habe ich so gut erwischt. Ja, mir wurde der Kiel geklaut, danke schön. Och man, ihr seht unten auch die Zeit. Wie lange noch Zeit ist höchstens. Ich habe wie gesagt noch zwei Leben, deswegen werde ich wahrscheinlich gar nicht so lange überleben. Versuchen wir uns mal... Nein! Ach man! Okay, der hat mich nicht mit dem Bogen erwischt, zum Glück. Ich habe ihn gut umcurved. Und, oh Gott. Ich dachte, der kommt zu kurz, aber kam dann doch noch. So, wir haben noch 75 Sekunden, das ist noch eine Menge Zeit. Da können wir vielleicht noch wenigstens den zweiten irgendwie uns sichern. Ist jemand hinter uns? Nein. Ist natürlich auf so einer kleinen Map auch immer ein bisschen gefährlich. So, gehen wir mal auf den hier. Na, wobei, der rennt mir zu lange weg. Gehen wir lieber auf den hier. Und, na, du staubst mich schon mal nicht ab. Und du da auch nicht. Und, na, du vielleicht. Ich weiß es noch nicht so ganz. Wenn er uns gut erwischt, sollte der uns locker bekommen. Hat er aber nicht. Okay, jetzt kommt da schon wieder der nächste an. Ah, der hat auch nicht getroffen. Mit meinen zweieinhalb Herzen werde ich im Nahkampf auch nicht gewinnen. Wir haben natürlich auch nur noch 30 Sekunden Zeit, deswegen sollte ich mich beeilen. Ich habe sowieso noch zwei Leben, deswegen... Ja! Ich habe ihn bekommen! Jawohl! Und wir sind nochmal rangekommen. Zwölf Punkte. Der erste hat 16. Also jetzt muss es extrem schnell gehen, um das hier noch zu reißen. So schnell schaffen wir das auf keinen Fall. Ne. Da vorne ist aber direkt jemand. Bitte. Nein! Beide nicht getroffen. Aber einen Kill bekomme ich noch, oder? Oh Gott. Ja. Und jetzt ist die Zeit vorbei. Wir waren am Ende auf Platz... Steht das hier nochmal irgendwo? Vielleicht kommt das gleich noch. GG. Ich meine, ich war auf Platz... Drei oder so. Steht das hier nochmal? Hallo? Okay, dann steht es nicht. Ihr könnt das ja nochmal nachschauen im Video. Ich würde sagen, eine Runde hänge ich noch hinten dran. Den Spielmodus spiele ich übrigens gerade auf dem Hive-Server. Nicht auf gammahd.net, wie sonst bei den meisten Videos bisher von mir. Und ja, nur falls ihr auch Bock auf den Spielmodus habt. Jawohl, den haben wir überrascht. Der hat nicht gedacht, dass hinter ihm möglicherweise einer stehen könnte. Ach verdammt, da ist eine Scheibe dazwischen. Jetzt haben wir hier eine ganz interessante Map, würde ich sagen. Oh, auf jeden Fall interessanter als die Gerade, beziehungsweise, ja, was heißt interessanter? Die O ist mehr so mein Stil, würde ich sagen. Weil hier hat man ein bisschen mehr Konfrontation tatsächlich. Hier kommt einer nach oben. Den werden wir versuchen direkt abzusnacken. Oh, es leckt ein bisschen. Nein, oh, das war glaube ich ziemlich knapp. Ich versuche mal auf die andere Seite ein bisschen zu gelangen. Okay, der ist zwar klar, dass der uns erwischt, aber wie konnte der gerade im Zielen sprinten? Das fand ich ein bisschen komisch. Naja, ich möchte hier keinem irgendwas unterstellen. Je nach Spielmodus werde ich entweder eine Runde oder eben auch mehrere Runden spielen. Bei diesem Kalender. Bei dem hier bietet es sich jetzt natürlich an, mehrere zu spielen, weil er wirklich sehr kurz nur, oh Gott, nur von sehr kurzer Dauer ist. Aber bei anderen Spielmodus werde ich bestimmt auch nur eine Runde spielen, beispielsweise bei sowas wie 4Arena oder so. Denn die Videos sollten nicht so lange werden, dass ich das auch täglich irgendwie hinbekomme. Aber der hat uns am Ende gut erwischt. Schade. Wir müssen auch ein bisschen natürlich auf unser Leben achten. Ich werde den versuchen jetzt mal nur mit dem Schwert zu bekommen, dass ich mir Pfeile aufspar. Jetzt habe ich nämlich zwei Pfeile übrig und kann dann auch mal einen verballern aus Versehen. Nein! Oh, das wäre cool gewesen, hätten wir den trotzdem noch erwischt. Na, den stauben wir dann ab. Jawohl. Und, oh Gott. Ich habe da schon wieder so ein Schadensgeräusch gehört, dass ich gedacht habe, da würde direkt jemand um die Ecke kommen. Der hat uns schon so ein zweites Mal gekillt. So. Nein, schon wieder nicht. Aber ab Staub. Ja, genau. Wisst ihr, das ist immer derselbe, der mich killt und der kann einfach zielen während dem Laufen. Das ist ein bisschen unlogisch. Ich glaube, das ist auch der Erste. Der ist ein Mr. Remi. Also, ob das mit rechten Dingen zugeht, ich weiß ja nicht so recht. Ja, nee, das geht nicht mit rechten Dingen zu. Man kann nicht sprinten, wenn man zielt. Ach so, ich bin tot, weil der mich viermal gekillt hat. Okay, also Mr. Remi, der ist irgendwie ein bisschen komisch am Start. Wir können den auch nochmal eben verfolgen. Ach so, das sind schon die zwei letzten Hex. So, und ja. Dennoch den dritten Platz erreicht. Ist, denke ich, okay. Auch wenn ich jetzt nicht unbedingt so gut war. Der Spielmodus ist ganz interessant. Kann man zwischendurch mal spielen, aber so dauerhaft ist er dann auch nicht ganz so spannend. Und wir sehen uns dann hoffentlich beim zweiten Part des Kalenders wieder. Und ja, bis dann und tschüssi.